Viele wissen, dass ich mehrere Sprachen spreche und dann fragen sie mich, aber kannst du wirklich auf Deutsch denken oder übersetzt du immer noch aus deiner Muttersprache? Naja, also ich denke wirklich tatsächlich einfach auf Deutsch. Wenn ich Deutsch spreche, denke ich auf Deutsch. Wenn ich Englisch spreche, denke ich auf Englisch. Wenn ich Bulgarisch spreche, denke ich auf Bulgarisch. Bis jetzt bei dir!